Leute, jetzt wird es spannend. Bitcoin wird am Short-Term-Holder-Realize-Price abgelehnt, setzt zum Rücksetzer an und steht jetzt ganz kurz vor unserem gestern besprochenen Unterstützungsbereich. Können wir hier neue Kaufkraft sammeln und die nächste Aufwärtsbewegung starten? Was sagt uns die aktuelle Liquiditätslandschaft hier von Bitcoin und auch das Orderbuch? Und vor allem, wo genau werde ich meine nächste Long-Position eröffnen? Und was passiert, wenn dieser Bereich nicht halten sollte, worauf wir uns dann einstellen müssen? All das erfährst du in der heutigen Bitcoin-Analyse und zum Abschluss gibt es dann noch ein super Signal für alle Langzeithalter, alle Investoren hier für Bitcoin. Dementsprechend unbedingt bis zum Ende dranbleiben, falls dir das heute Video gefällt, wäre ich dir extremst dankbar für eine positive Wertung. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus einsteuern und falls du neu bist, gerne rein abonnieren und teilt dieser geilen Community werden, tagtäglich von diesen Analysen profitieren. Wir verschwinden keine Zeit, legen direkt los. Let's go! Und damit wieder einmal herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street. Dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und Freunde, mit dem Rücksetzer in Bitcoin sehen wir auch weitere Rücksetzer hier in den Altcoins. Über die Altcoins haben wir gestern Abend gesprochen. Viele Analysen findest du in der Aufzeichnung des gestrigen Streams. Von daher unbedingt vorbeischauen und wir fokussieren uns jetzt voll und ganz auf Bitcoin. Denn hier sind wir erst einmal am Short-Term-Holder Realized Price abgewiesen worden. Der durchschnittliche Kostenpreis der Kurzzeithalter liegt in den Regionen von knapp 64.200 US-Dollar. Diejenigen, die Bitcoin innerhalb der letzten 5 bis 6 Monate gekauft haben, aber auch die Kohorte von den 1 bis 3 Monatskäufern liegt genau in diesen Regionen. Und hier findet Bitcoin erst einmal starken Widerstand, wird abgewiesen. Und im gestrigen Video haben wir über einen höchst interessanten Bereich für den nächsten U-Turn von Bitcoin gesprochen. Lasst uns noch einmal genauer auf jede einzelne Level hier eingehen. Starten wir mit der größten Zeiteinheit, dem Wochenchart. Hier liegt aktuell knapp unter uns in den Kursregionen von 61.785 US-Dollar in Rot der 20er EMA. Im Tagesschart liegt dann wiederum der 50er EMA in den Kursregionen von 61.790 US-Dollar. Knapp da drunter kommt ebenfalls noch rein der 20er EMA aus Tagesschartsicht bei 61.400 US-Dollar. Aus 4 Stunden Schartsicht liegt in den Kursregionen von 62.170 US-Dollar, also knapp unterhalb des lokalen Tiefs hier, der 50er EMA in hellgrün. Bei 61.400 US-Dollar wiederum kommt der 200er EMA hier rein. Ebenfalls hatten wir ja über die Ausbruchskante schon länger gesprochen von knapp 61.685 US-Dollar. Und wenn man noch eine Zeiteinheit tiefer reingeht, dann liegt aktuell der 200er EMA ebenfalls knapp unterhalb der lokalen Tiefs in den Kursregionen von 62.183 US-Dollar. Wenn man jedes einzelne Level dahin zuzieht und ebenfalls auch nochmal das Fibonacci Retracement Level hier von diesem lokalen Tief bei 56.000 US-Dollar hoch bis 65.000 US-Dollar zieht, dann liegt ebenfalls an dieser Unterkante bei 61.618 US-Dollar das 38.2 Fibonacci Retracement Level. Und damit entsteht ein schöner Support-Unterstützungsbereich hier in den Kursregionen von knapp 62.150 US-Dollar runter bis 61.600 US-Dollar. Dementsprechend, wir stehen ganz ganz kurz vor einem signifikanten Unterstützungslevel hier in Bitcoin. Nicht nur aus der Chart-Technik heraus liegen dort interessante Level, nein, auch aus Sicht der Liquidität. Schauen wir uns den kurzfristigsten Timeframe hier einmal an, den 12-Stunden-Chart. So sehen wir, dass wir in den Kursregionen starten bei 62.100 US-Dollar runter bis 61.700 US-Dollar. Interessante Liquidation Level haben, ein interessantes Liquiditätscluster, was für die Market Maker höchst interessant ist, hier abzugreifen. Wenn wir uns die Liquidation Level selbst einmal anschauen, dann haben wir jetzt soweit erst einmal durch diesen Rücksetzer tatsächlich die Long-to-Short-Ratio fast egalisiert. Nur noch 55 Long Liquidations zu 40 Short Liquidations. Die Longs sind noch leicht im Risiko, aber diese signifikanten Positionen haben wir schon fast alle heraus liquidiert. Nur noch diese Position bei knapp 62.200 US-Dollar liegt hier als großer Volumina-Spike noch knapp unter uns. Wenn wir uns einmal kurz die Liquidation Levels anschauen, dann liegt hier diese 62.193 US-Dollar hochgehebelte Long-Position knapp unter uns. 62.1 eine Medium-Leverage Long und dann bei 61.700 ebenfalls noch eine Medium-Leverage Long und 61.500 US-Dollar eine Medium-Leverage Long. Dementsprechend auch hier aus Liquiditätssicht höchst interessante Bereiche für die Market Maker, diese abzugreifen. Aus 7-Tages-Chartsicht, hier aus Heatmap-Sicht, finden wir die meiste Liquidität ebenfalls knapp unter uns. Starten in eine Region von 62.100 US-Dollar mit dem signifikantesten Liquidation Level Cluster 61.770 US-Dollar. Und auch in diesen Regionen, wenn wir uns einmal kurz das Orderbuch anschauen, von Exit Pump gepostet. Der gesagt, der passive Demand, die passive Nachfrage steigt aktuell sowohl Spot als auch in den Perpetual Futures. Und hier sehen wir eine interessante Nachfrage bei 62.2, 62.000 US-Dollar und 61.500 US-Dollar. Dementsprechend, Freunde, dieser Bereich hier in hellgrün markiert, ist höchst interessant aus meiner Sicht für die nächste Long-Position. Doch welchen Bereich habe ich für mich selber auserkoren? Ein signifikantes Preislevel kam jetzt immer wieder vor. Wir hatten 62.2, 62.1, aber das Preislevel, was am meisten vorgekommen ist, diese 61.700 US-Dollar, fast 61.800 US-Dollar. Dementsprechend habe ich genau in diesen Kursregionen hier die Limit Order auf BingX gesetzt. Falls du das Ganze ebenfalls mit uns traden möchtest, Link in der Videobeschreibung. Kostenlos registrieren, kein KYC nötig, super günstige Gebühren, kannst jede Menge Kryptowährungen hier handeln, kaufen, aber natürlich auch mit Hebel traden. Link in der Videobeschreibung, da hast du den Link zu den Boni. Wir haben ebenfalls aktuell ein riesen Trading Event am Start mit bis zu 6.000 US-DT Boni, aber auch beispielsweise ein iPhone 15 Pro oder MacBook Pro zu gewinnen und auch eine 10%ige Cashback-Aktion. Dementsprechend, falls du das Ganze auch in Zukunft hier mit uns handeln möchtest, gerne einmal bei BingX in der Videobeschreibung nach dem Link schauen. Da habe ich aktuell jetzt meine Limit Order platziert. Wenn der Markt dahin kommt, werde ich in diese Position einsteigen. Wenn der Markt jetzt sich entschließen sollte, beispielsweise hier schon beim lokalen Tief von 62.200 US-Dollar zu reagieren und gehen Norden zu drehen, dann ist das so, Freunde. Wir sind immer auf der Suche hier auf diesem Kanal nach den High Probability Trades, nach den Trades, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, hier aufzugehen. Und wenn er dann sich entschließt, 62.200 US-Dollar schon zu drehen, dann ist das halt so, Freunde. Wir müssen hier definitiv nichts erzwingen. Für mich ist das eine interessante Region. Doch wir müssen natürlich auch darüber sprechen, was ist denn los, wenn dieser Bereich hier nicht halten sollte. Was sind dann wiederum die nächsten interessanten Targets für Bitcoin? Und da gehen wir jetzt Step by Step drauf ein. Denn sollte Bitcoin diese ganzen Unterstützungslevel, die zuvor Widerstand waren und nach Ausbruch hier im Lehrbuch als Unterstützung dienen sollte, nicht erfolgreich retesten können, naja, dann stellt sich die gesamte Ausbruchsbewegung hier als Fake-Out-Deviation dar. Und dann müssen wir wirklich verdammt aufpassen, Leute, dass wir nicht tatsächlich noch einmal in diese 59.000, 58.000, 57.000 US-Dollar Regionen abverkauft werden. Denn dort liegt auch weiterhin die meiste Liquidität, wenn wir das Ganze einmal kurz aus 7-Tages-Heatmap-Chartsicht hier betrachten. Aus 7-Tages-Heatmap kommt nach diesem 62.000, 61.700 Liquidation Cluster noch ein kleines bei 60.500, nichts wildes. Das stimmt soweit erst einmal überein, wenn wir hier in die Wochenschaft noch einmal reingehen, mit dem Wochenwiderstandslevel bei knapp 60.700 US-Dollar. Doch wir haben dann definitiv die meiste Liquidität in den Regionen von knapp 58.000, 57.000 US-Dollar zu finden. Und das könnte dann das nächste Target hier von Bitcoin gen Süden sein. Dennoch, es ist wichtig zu erwähnen, aktuell befinden wir uns ja noch darüber. Dementsprechend müssen wir erst einmal davon ausgehen. Und es ist aus meiner Sicht absolut ein Versuch wert, hier die nächste Long-Position hier zu eröffnen. Klare Invalidations-Level braucht man natürlich. Ich werde dann erst einmal aus dieser Position bei roundabout 61.100 US-Dollar wieder rausgehen. Was sind die Zielmarken bei einem erfolgreichen Retest? Wir also hier wieder zum U-Turn ansetzen. Haben wir auch gestern schon darüber gesprochen. Erstens aus Wochenchartsicht die Marke von 67.000 US-Dollar, die Oberkante dieser Bullflag und vor allem auch in diesen Kursregionen liegend die Liquidität aus 7-Tages-Heatmap-Sicht starten bei 66.000 US-Dollar hochreichend bis 66.6 und aus einem Monat chart sich diese Liquidität reichend sogar hoch bis 67.000 US-Dollar. Inzwischen-Level gibt es ebenfalls aus Liquiditätssicht hier die Marken von knapp 63.200 US-Dollar hoch bis 63.450 US-Dollar. An dieser Stelle interessiert es mich natürlich, was denkst du? Wie bewertest du das aktuelle Chartbild hier von Bitcoin? Findest du diese Regionen ebenfalls so interessant wie ich für eine kurzfristige Long-Position entwendet? Und ja, wo eröffnest du deine? Denn ich kann ja immer nur davon sprechen, was ich mache, Freunde. Ich analysiere den Chart hier in der Öffentlichkeit, teile meine Gedankengänge mit euch und zeige euch einfach transparent auf, was ich in diesem Fall mache. Keine Anlageempfehlung hier auf diesem Kanal. Schreib es mir gerne einmal in die Kommentare. Würde mich über einen Austausch innerhalb der Community freuen. Und falls du irgendwelche Fragen hast zur heutigen Bitcoin-Analyse, kannst du ebenfalls in die Kommentare reinhauen. Ich beantworte diese gerne. Oder wie immer der Hinweis, join auch gerne unsere kostenlose Telegram-Gruppe. Ja, kostenlos. Link in der Videobeschreibung. Da hast du die Möglichkeit, dich auszutauschen mit über 5200 Mitgliedern der Community, als auch zwischen diesen Videos mit mir in Interaktion zu treten. Und zum Abschluss habe ich euch ja noch eins versprochen. Ein sehr, sehr positives, ein super Signal für alle Langzeithalter, alle Investoren von Bitcoin. Denn wenn wir uns einmal diesen Chart gepostet von Axel Adler Jr. hier anschauen, der Short-Term Holder versus der Long-Term Holder Supply, das Angebot der Kurzzeithalter respektive der Langzeithalter, dann ist hier eins zu identifizieren. Die Langzeithalter, das Angebot der Langzeithalter, das ist wieder am Zunehmen. Es hatte sich in diesen Top-Regionen abgebaut. Die Langzeithalter haben teilweise Profite realisiert. Jetzt steigt dieses Angebot der Langzeithalter wieder, was nichts anderes bedeutet. Sie verkaufen nicht und tatsächlich die Kurzzeithalter hier in diesem hellen Orange dargestellt, die wachsen weiter an, also die agen. Sie werden älter und transitieren dann in die Kohorte der Langzeithalter. Dementsprechend auch die Kurzzeithalter, die in diesen Kursregionen eingekauft haben, vor knapp 5 Monaten wandern in die Kohorte der Langzeithalter, sind also bereit, Bitcoin zu diesen Kursregionen zu halten und verkaufen nicht in Panik. Dementsprechend ein super Signal. Und damit wären wir am Ende der heutigen Analyse. Falls es dir gefallen hat, falls ich Mehrwert liefern konnte, würde ich mich natürlich immens darüber freuen, wenn du eine positive Wertung auf das heutige Video da lässt. Für dich eine Sekunde, ein Mausklick deiner Zeit. Aber du würdest damit meinen Kanal e-Mens unterstützen. Gerne einen Kommentar einsteuern und wie immer gerne rein abonnieren, falls du tagtäglich von diesen Analysen profitieren möchtest. Euch wünsche ich jetzt einen wunderschönen Dienstag, Freunde. Macht es mal gut. Bis dahin. Ciao, ciao.